Hi, wir treffen uns heute mit dem Team von Arkl, die besuchen auch die Waldorf Koffe. Die Arkl Coast hat jetzt schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen über die letzten Wochen. Wir haben ein Vorstellvideo gemacht und wir haben hier Patricia vom Vertrieb, Fernando, Chefsführer und Rom und Rosé, das sind Techniker. Und wir haben den Arkl Coast, die wir in der Arkl Coast haben. Es ist mehr als ein Prototype, es ist bereits in der Produktion. Wir sind in der Finition. So, wenn die Kunden erwartet, dass die Arkl Coast zu Hause ist? Ende von Juli, wir haben die Arkl Coast. Okay, Ende von Juli, also wir sind sehr nahe. Und was können die Leute erwartet von Arkl? Wir sehen es als ein Reseller, aber kommen von Produkte. So, was ist die Idee? Ich denke, wir haben eine sehr neue Design. Wir haben sehr interessante Features, wie Dual Boilers, Slow Control, die Programme für Schauhling, für Cleaning. Wir haben eine Portafilter in Standard Steel. In Standard Steel, in Standard Steel, we only use Standard Steel. Even when we coat, we have a Standard Steel there. So, I think that our model is amazing. That's great. And you produce import to itself, so you have your own facilities? So, this thing, it's a European made, so we import everything from Italy, from Porto, from Germany, France, so on. The facilities are in Portugal. The facilities are in Portugal. They are all assembled in Portugal. And we assembled in Portugal, in Portugal. And we assembled in Portugal. These guys, they are the... So, just to encourage you, how big is your team currently? I was completely staffed now. Actually, we are 19. 19. That's quite a few already. Yeah, so carry some. We... I really want to keep this small team. So, we don't have a big factory with big production. No. We don't keep a small team, made coffee machines, one by one, with passion, with... So, it's not... Our goal is not big quantities. No. It's a very good quality, nice design, very different features, and it's our goal. It's not... big factor. Okay. So, we are going to be very excited now to get things, to get the customers, and get their first feedback, and hopefully get a lot of traction, so, a lot of pieces coming over to Austria as well, and Germany, and the countries, to have people excited. Okay. Thank you very much.